Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer brandne neuen Folge Let's Play Ready or Not hier auf meinem Kanal. Und heute testen wir die letzte der neuen Karten, MindJot Data Center und dort werden wir uns heute in ein, wie der Name schon sagt, Datenzentrum stürzen und das steht im Fadenkreuz unserer Ermittlungen und natürlich wie üblich wird damit Gegenwert zu rechnen sein und deswegen ist das SWAT-Team heute auch wieder passend dafür ausgerüstet. Als Primärwaffe werde ich die SR-16 heute nochmal ausprobieren, die habe ich vor langer, langer Zeit schon mal gespielt, damals hat sie mir nicht so gut gefallen, ich werde einfach mal gucken, ob sie mich heute überzeugen kann. Als Sekundärwaffe wieder meine gute, altbewährte PC-19, das Opti-Vent für die Türen, schwere Panzerung vorne, hinten und an den Seiten, dazu Stahleinlagen, wir sind ein wandelnder Panzer auf Beinen, vier Magazine für das Sturmgewehr, drei für die Pistole, Blendgranaten und Türkeile sowie, und da bin ich mir aktuell noch unsicher, das werde ich mir gleich noch überlegen, entweder Nachtsichtgerät oder die Blendschutzbrille eins von beiden, wobei auf der Karte, da die doch recht dunkel ist, Nachtsichtgerät schon Sinn machen würde. Und ja, liebe Freunde, natürlich werdet ihr da gleich etwas feststellen, denn ich werde den Einsatz natürlich heute nicht kommentieren, was ich euch schon mal sagen kann, da ich das Ganze hier gerade im Nachhinein aufnehme, weil ich idiotes Intro vergessen habe, passiert mir auch manchmal. Ich habe tatsächlich nicht viel vom Einsatz weggeschnitten, nur hier und da mal so ein paar kürzere Ausschnitte, einfach um eine gute Folgenlänge zu erreichen. Und ja, das Ganze, wie ihr es jetzt mittlerweile gewohnt seid, für die Atmosphäre nicht kommentiert. Das heißt, da werde ich erst am Ende meinen Senf dazugeben und ihr könnt so das Gameplay ohne irgendwelche weiteren Kommentare von mir genießen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video heute gefällt und das zeigt ihr mir am besten mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mich dann auch weiterhin unterstützen möchtet, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal und verpasst in Zukunft auch selber keine neuen Videos mehr von mir. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch sich dazu noch breitschlagen lassen würde. Ja, ansonsten, den ganzen Einsatz mache ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Das werdet ihr am Ende sehen, dass da schon eine Wertung vorhanden war. Denn ich habe beim ersten Mal vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum da schon eine Wertung ist, jetzt wisst ihr es. Und jetzt habe ich auch genug gequatscht. Ich wünsche euch heute wieder ganz viel Spaß mit der Folge und dann hören wir uns am Ende nochmal wieder. Talk to Entry Team. Suspects have a foothold in this area, and they're refusing to cooperate. Entry Team, you are cleared to proceed with the mission. On me. Coming to you, sir. Cover this area. Alright, copy that. Use the mirror. Alright, copy that. Alright, sir. Got the mirror here. All clean, sir. Suspect in my sight. It's open. Ram the door, bang the room. Roger that. Breaching. Breaching. Ritting flash. Police, hands up. Drop the gun. Drop the gun. Don't make me shoot you. I want to see the weapon on the ground. Drop the gun. Don't make me shoot you. Alright, lights nick out. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Talk to Entry Team. Copy. EMTs and trailers are standing by. I'm out. I'm out. Suspect killed. Talk reporting. Move to my front. Roger that ATV. Disable that weapon. Tag him and keep you up. Disable that weapon. Affirmative. Provide cover. Absolutely. Provide cover. Copy that. Use the mirror. Check your targets. No traps visible. Civilian contact. Use your tools on that lock. Breaking out the multi-tool. Lockpicked, sir. Move over there. Copy that. Moving now. Hands up now. Drop hands up. Put your hands up. Put your hands up. Calm down. Civilian standing by for trailers. Talk to Entry Team. Roger that. Trailer's out loud. Copy now, sir. Provide cover. All right, done. That's no longer a problem. Open the door. Clear it. Moving up. All right. All right. Let's get out. Get down. I don't want to see hands. On me. All right. You got point. Suspect is secured. Talk to high ground. Roger, Entry Team. Great work. Keep going. Moving clear. All right. Copy that. Put the gun down now. Move to my front. On my way. Down on your knees. Post up and cover. Mirror for contact. Got the mirror here. Cover this area. Roger that. No traps visible. It's unlocked, sir. Nobody's home. Talk to Entry Team. Copy. Clean house and we'll take them out. It's unlocked, sir. Hands up. Provide cover. Mirror for contacts. I'll come here, I hear. Provide cover. No traps here. Going and... Nobody in sight. Copy that. Open for business. On my six. On your six. On your six. Provide cover. Use the mirror. Absolutely. Check your targets. Move over there. Getting there now. Looks safe to me. Looks empty. Copy that. Post up and cover. Copy that. Close that door. Alright. Roger that. Use your tools on that lock. Breaking out the multi-tool. Lock picked, sir. Move in and clear it. Moving on. Move in and clear it. I want to see hands. Down on your knees. Bye. Move to my front. Getting there now. Cover this area. Roger. We'll take care of it. Mirror for suspects. Got the mirror here. Got the mirror here. It's clean, boss. No suspects visible. Provide cover. Thank God. Contest in here. There's nothing personal, man. This is Tuck. Copy entry team. Notifying trailers. Hands up. Drop to your knees. Get on the ground. Down on your knees. Move in there. Make them secure. Wouldn't be here if everyone wasn't such a greedy fuck. Contact is restrained. Cover this area. Here, I contact. Secure that evidence. Roger. Copy that. Trailer's incoming. It's a fucking strike. Restrain targets. Contact is restrained. Got the mirror here. I got through the door. No traps visible. Move to my front. Nobody's home. Talk reporting. Roger. Entry team. Great work. Keep going. Keep going. Don't kill him. Come tell us, baby. Lock up that weapon. Absolutely. Ball in. Roger, coming to you. Drop the weapon, now! Provide cover. Getting there now. Stay on me. On your six. Move over there. Moving up. Talk to entry team. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Provide cover. Copy. Door is unlocked. Move to my front. Copy. We're moving out now. Mirror for contacts. Roger. On and now. Hands up! Do it now! It's wired. Looks like a trap. Nobody inside. Provide cover. Okay, roger that. On a move. Cut that trap. Roger that. On my way to disable the trap. Done. Trap disarmed. Use the mirror. Check. Firm it is. It's safe. No traps here. Looks empty. Through the door and clear. Copy that. It's open. We're good to go. Go. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Talk to element. Affirmative. Make them stable and proceed with mission. Falling behind me. Right behind you. Move over there. Roger. On the move. Shut the door. Roger that. Copy that. Closing the door. Mirror for suspect. Roger. Mirror gun ready. Looks safe to me. No suspects visible. Move to my front. I am moving out. Provide support on me. Coming to you, sir. Open and clear. Moving up. Lights stick out. Talk reporting. Excellent work, entry team. Report to center for debrief. Ja, Freunde. Damit haben wir dann auch den letzten der neuen Einsätze erfolgreich abschließen können. Ich konnte meine Wertung tatsächlich zu meinem ersten Versuch verbessern. Und ja, mein Feedback zur Karte. Man ist die ganze Zeit sehr on edge, wie ich finde wieder, denn es gibt unheimlich viele Winkel, gerade diese zwei, drei Räume, wo wirklich die großen Server stehen, die Serversäulen. Da ist wirklich jede Ecke irgendwie eine potenzielle Bedrohung. Und ihr habt gemerkt, es gibt so ein paar Stellen, wo man noch schwierig durchkommt. Ich hoffe, da wird nochmal ein bisschen gereworked. Und auch die KI hat hier ihre Schwierigkeiten. Es ist nicht ganz so schlimm, wie auf manch anderen Karten. Aber da werde ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein eigenes Video zu machen und vielleicht auch nochmal die Karten so ein bisschen durchraten. Nichtsdestotrotz, ich hatte wieder eine Menge Spaß mit der Mission. War nicht die schwerste von denen, die ich jetzt gespielt habe. Aber ich sag mal so, ich bin über jede neue dankbar. Und ja, auch mit dem Soundtrack, ich fand, das hatte schon was. Und das Gesamtpaket hat mir auf jeden Fall gefallen. Eine schöne Herausforderung. Und ich denke, da kann man auch im Multiplayer echt eine Menge Spaß mit haben. So, liebe Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich dann auch weiterhin unterstützen möchtet, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. und verpasst in Zukunft selber keine neuen Videos von mir. Ich würde mich freuen, liebe Freunde. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine gute Zeit. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Liebe Freunde, haut rein. Bis dahin. Ciao.